So, weiter geht's hier in Skyrim. Wir machen uns auf den Weg zu den Schluchtweierhexen. Auf, auf und davon! Ich habe was gehört. Hallo, ist hier wer? Oh, hier ist tatsächlich wer. Ist Lydia da? Ich gebe dich! Wie war das? Oh, ein Elfenschwert. Meinst du auch besser? Das ist aber ein Buch. Herzfeuer. Macht Beschwerung. Dann können wir ja weiter reiten. Aber ich habe doch gewusst, da habe ich gerade gehört. Oh, da wird mir wieder ein Stein angezeigt. Ach, lass mich in Ruhe. Vor allem, lass mein Pferdchen in Ruhe. Was? Ich habe Hilfe. Ich habe was Hilferufen gehört. Hallo? Hallo? Oh, dem Göttern sei Dank. Ich bin schon so lang allein unterwegs, dass ich nicht gedacht hätte, nochmal jemand anders zu treffen. Äh, calm down, tell me what happened. Vor Wochen wurde ich von diesen Banditen entführt. Sie sperrten mich in einem Turm nahe Nebelwacht ein. Ich konnte das Schloss knacken und verschwinden, als die Wache schlief. Aber nun habe ich mich verlaufen. Könnt ihr mir bitte helfen? Hm, in diese Richtung liegt eine Stadt, sie ist nicht weit, wenn ich die Hilfe um dorthin zu klagen. Oh, danke. Aber ich komme allein klar, nachdem ihr mir den Weg gezeigt habt. Allerdings muss jemand diese Banditen aufhalten. Sie sind in Nebelwacht. Hier, ich zeige es euch auf der Karte. Wenn ihr sie aufhalten könnt, seid ihr ein wahrer Held. Hier, nicht wissen, wo man ist und wo es zur nächsten Stadt geht, aber mir zeigen können, wo die Banditen sind. Ist klar. Hm, das ist nicht mal ein Pferd, oder? Doch! Hä? Pferdchen? Machst du jetzt auch mal auch ein auf Teleport Pferd? Das ist dann wohl ihr Pferd. Ähm. Hallo? Oh, du hast es ja weit geschafft. Hm, hab ich nicht. Ähm, mit dem, mit dem. Ähm. Liebe! Yay, sie lebt wieder. Hm. Hm, diese Steine hier sehen mir suspekt aus. Geht's dir gut? Ach nein, das ist dein Zombie. Wie kann es dir da gut gehen? Schade eigentlich. Tut mir echt sorry um die Frau. Boah, nerv nett. Habe ich ja gesagt, sie kommt alleine klar und was passiert? Sie läuft in die erstbesten Gegner rein, die in der Nähe sind. Nee, nee, nee. Das kann es ja wohl echt nicht sein. Da ist wieder ein Ort, den lassen wir unentdeckt. Weil Orte, die ich entdecke, will ich auch gleich erforschen. Ich glaube, ich mache uns nicht. Deswegen mache ich hier. Oder? Naja. Wo sind wir hier? Von jedem. Kriegt nicht einen Rost in den Septim? Ach Banditen sind mir noch ganz nett. Wenn ihr tot seid, kann ich euch wesentlich leichter ausrauben. Was seid ihr denn für welche? Hm, ziemlich reiche welche. Gold, Abitest, Granatstein... Also an Kohle scheint euch nicht zu fehlen, nein und Lydia ist mal wieder im Weg. Wieso sollte ich? Hallo? Wer hat das überhaupt gesagt? Ist hier noch wer? Ihr seid tot! Tot! Das seh ich ein bisschen anders. Ich liebe diesen Move! Hach! Dummes Buch. Eisen Kriegshammer. Uh, Schlösser knacken. Ah, nicht schlecht. So, Pferdchen, Pferdchen. Pferdchen? Ich bin mir zu wütig, ich hab mein Pferd hier in der Nähe geparkt. Hallo Pferd! Pferd? Dann mach'n wir's halt mal ein bisschen anders. Ähm, Magie... Kräfte... Bestien Gestalt. Dann machen wir das halt mal so Geronimo Borgenmodus aktiviert Hallo Geil die lassen sogar Lydia in Ruhe Nice Kann ich mich eigentlich an den Fischern nähern? Nö Schade Na nu Feuert von euch? Das halt ich von dir Uh Halleluja Hm Sind wir jetzt dann doch gleich schon da? Wobei gleich relativ ist So Irgendwo hier hochkommen Ja ich bin hier richtig Nice Ich muss mich noch darauf warten dass ich mich zurück verwandle Obbala das wollte ich nicht Hm 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 Das ist natürlich der Nachteil Was mach ich jetzt So wär's nämlich irgendwie dumm da rein zu gehen Ah Perfekt Das lässt schon nach Musst ich mich jeden Moment zurück verwandeln Ähm Lydia Wen hast du jetzt schon wieder entdeckt? So Erstmal wieder einkleiden Waffen Vulkanglaswert Vulkanglaswert Bekleidung Hunter Helm Handtue Stiefel Schild Magikerkette Magikaring Schild Joa Oh das arme Kaninchen ey Lydia Also echt mal Du kannst doch nicht einfach dieses arme wehrlose Kaninchen hauen Das hat dir nix gemacht Verdammte Axt Automatisch speichern Ich mach trotzdem nochmal einen Schnellspeicher Und Dann Machen wir Ach ne Kein gutes Gefühl bei dieser Sache So Nein wir machen mal Fußroh da Hallo Ich brenne Ich brenne Oh Kopf Hallo Kopf Ich werde sie alle töten Mua Aber erst mal Heimons Heil Und ich hab immer noch nicht den besseren Heilzauber gekauft Fällt mir gerade auf Get der Also Memo an mich selbst Beziehungsweise To-Do-Liste für nächste Folge Die Schluchtweierhexen ausrotten Und Bessere Heilungszauber besorgen Also dann bis im nächsten Part Tschüss 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 Sch Tschüss